Hört auf Gottes Wort, Epheser 2, Vers 1 bis 10. Und da geht es darum, was Gott macht. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweist in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, wie Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist die erste Lesung, dann lesen wir weiter in 1. Petrus 1, Seite 1285. 1. Petrus 1, Vers 3 bis 5. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwirklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbar zu werden in der letzten Zeit. Selig ist, wer das Wort Gottes hört und in seinem Herzen bewahrt. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, bist du wiedergeboren? Bist du neu geboren? Das ist eine Frage, auf die nicht alle sofort eine Antwort wissen. Als ich diese Frage einmal im Religionsunterricht stellte, blieb es lange Zeit still. Und wenn ich euch jetzt bitten würde, den Finger zu heben, wenn ihr sicher seid, dass ihr wiedergeboren seid, wie viele würden das dann sein? Das werden wir jetzt nicht machen. Wir können gerne in der Pause darüber miteinander weiterreden. Aber viele finden diese Frage doch ziemlich kompliziert, oder? Es ist aber eine sehr wichtige Frage. Es ist eine sehr wichtige Sache. Das hat Jesus im Gespräch mit Nikodemus klargemacht, Johannes 3, Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, sagte Jesus, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und später, in Kapitel 3, Johannes 3, wird klar, dass das mit glauben zu tun hat. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Zoon gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jeder, der an ihn glaubt. Wer glaubt, ist wiedergeboren. Wer wiedergeboren ist, glaubt an den Sohn Gottes. Das hängt alles zusammen. Aber was ist das vom Neuen geboren werden? Im 1. Johannesbrief heißt es, dass man aus Gott geboren ist. Und das hilft schon, es ein bisschen zu verstehen. Unsere normale Geburt besteht darin, dass wir aus einem Menschen, aus einer Frau geboren werden, aus unserer Mutter. Und dann landet man sozusagen in die menschliche Realität. Wenn man aus Gott geboren wird, dann sieht man auch die göttliche Wirklichkeit. Dann betrachtest du die Welt nicht mehr nur von der erdlichen Seite, was soll ich hier auf Erden mal machen und was kann ich hier für Spaß haben, sondern dann siehst du dein Leben auch von der himmlischen Perspektive. Du denkst nicht mehr nur aus einer menschlichen Perspektive über den Leben nach, sondern auch aus einer göttlichen Perspektive. Du denkst nicht mehr nur mit deinem fleischlichen Verstand, sondern du denkst auch aus dem Heiligen Geist, so wie Paulus das in 1. Korinther 2 sagt. Und wenn du so diese Veränderung erlebst, im Sehen, im Denken, im Glauben, dann wirkt sich das auch auf dein Leben aus. Dann denkst du nicht mehr nur an dich selbst, sondern du denkst auch an Gott und deinen Nächsten. Du denkst nicht mehr aus deinem Hass und Krone heraus, sondern du denkst aus Liebe. Du denkst nicht mehr aus dem Recht heraus, worauf habe ich Recht, sondern du denkst auch aus der Gnade. Und ein Kind liebt normalerweise seine Eltern, es sei denn, etwas ist gewaltig schiefgegangen und ein Kind Gottes, das aus Gott geboren ist, liebt Gott, seinen himmlischen Vater. Das ist eine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Was bedeutet es, neu geboren zu sein? Denk mal darüber nach, was es bedeutet, als Mensch geboren zu sein und in der menschlichen Realität zu sein, in der irdischen und aus Gott geboren zu sein und in der himmlischen Realität zu leben. Eine andere Art, wie die Bibel davon spricht, ist, dass wir als Tote lebendig werden. Wir haben das in Epheser 2 gelesen. Auch ihr, die ihr tot wart, durch eure Übertretungen und Sünden. Vers 4 dann. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seine großen Liebe Wille, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und das ist also dann etwas, das man nicht sich selbst, sondern Gott zu verdanken hat. Bei einer normalen Geburt ist das ganz klar. Das hast du nicht selbst gemacht. Du wurdest geholt, sozusagen. Und deine Mutter hat sich wahrscheinlich sehr angestrengt, um dich auf die Welt zu bringen. Und dann hast du das Licht des Lebens erblickt. Und kein Mensch will draufkommen zu sagen, ich danke mir, dass ich mich selbst geboren habe, dass ich auf diese Welt gekommen bin. Nein, das verdankt man, wenn man nicht an der göttlichen Realität denkt, seiner Mutter. Und so ist es mit der Wiedergeburt. Du hast sie nicht von dir selbst, sondern Gott hat dich wiedergeboren. Kein Christ würde draufkommen zu sagen, ich danke mir, dass ich mich selbst wiedergeboren habe. Nein, Gott hat es gemacht. Und dafür arbeitet er mit seinem Wort und seinem Geist. Und darüber wird in den Dordrechte Lehrregeln schön gesprochen. Wir werden in der zweiten Lehrpredigt uns auch die Dordrechte Lehrregel anschauen. Aber jetzt möchte ich schon etwas daraus lesen. Und wer das mitlesen will auf Deutsch, kann das in diesem Büchlein finden. Kapitel 3, 4 und dann Artikel 11. Das ist auf Seite 44. In diesem Büchlein Seite 44. Da lesen wir, was ein reformiertes Bekenntnis, es ist ja nicht das Bekenntnis unserer Kirche hier in Österreich, aber es ist ein grundlegendes reformiertes Bekenntnis, sagt über diese Tatsache. Artikel 11. Übrigens, wenn Gott diesen, seinen Beschluss an den Erwählten ausführt oder bei ihnen eine wahre Bekehrung bewirkt, so lässt er ihnen nicht nur das Evangelium äußerlich predigen und erleuchtet ihren Geist mächtig durch den Heiligen Geist, dass sie richtig einsehen und beurteilen, was vom Geist Gottes ist, sondern er dringt auch durch die Kraft dieses wiedergebärenden Heiligen Geistes ins Innerste des Menschen, öffnet das verschlossene Herz, erweicht das Verhärtete, beschneidet das Unbeschnittete, flößt dem Willen neue Eigenschaften ein, macht ihn aus einem Toten zum lebendigen Menschen, aus einem Bösen zum Guten, aus einem Nichtwollenden zum Wollenden, aus einem Widerspenstigen zum Volkssamen und leitet und stärkt ihn, dass er wie ein guter Baum die Früchte guter Werke hervorbringen kann. Und da geht noch weiter, dies ist die in der Schrift so herrlich gepredigte Wiedergeburt, neue Schöpfung, Erweckung von den Toten und Belebung, das sind alles Synonyme, welche Gott ohne uns in uns bewirkt. Sie wird aber nicht hervorgebracht, nur durch eine von außen herkommende Lehre, sittliche Ermahnung oder eine solche Art der Wirkung, dass nach dem Wirken Gottes seinerseits in der Gewalt des Menschen stehe, wiedergeboren zu werden oder auch nicht, bekehrt zu werden oder auch nicht, sondern es ist eine völlig übernatürliche, sehr mächtige und zugleich sehr angenehme, wunderbare, geheimnisvolle und unaussprechliche Wirkung, welche in Rücksicht auf ihre Kraft nach der Heiligen Schrift, welche von dem Urheber dieser Wirkung eingegeben ist, weder kleiner noch geringer ist, als die Schöpfung und die Auferweckung der Toten, dass alle, in deren Herzen Gott auf diese wunderbare Art wirkt, sicher und fehlbar und kräftig wiedergeboren werden und in der Tat glauben. Und dann wird der erneuerte Wille nicht nur von Gott getrieben und bewegt, sondern von Gott getrieben handelt er auch selbst. Deshalb wird auch mit Recht vom Menschen selbst gesagt, dass er durch diese empfangene Gnade glaube und sich bessere. Die Art dieser Wirkung können die Gläubigen in diesem Leben nicht völlig begreifen. Jedoch beruhigen sie sich dabei, dass sie wissen und fühlen, dass sie durch diese Gnade Gottes von Herzen glauben und ihren Heiland lieben. Das sind sehr volle, dichte Sätze mit viel Inhalt und ist gut, nochmal nachzulesen und darüber weiterzudenken, aber ja, jetzt schon mal, womit es dann endet, das zeigt auch, dass wir diesbezeuglich nicht Nabelschau betreiben sollten, dass wir uns ständig fragen sollten, bin ich wiedergeboren oder nicht und wann denn und wie kann ich das wissen und kann ich überhaupt diesbezüglich Sicherheit haben. Diese geistliche Nabelschau hat viele Menschen verunsichert. Viele Menschen können sich nicht an den Zeitpunkt erinnern. Ja, manche schon, die wissen es, die sind kräftig bekehrt und wissen genau, wann sie wiedergeboren wurden. Andere wissen es nicht, bei ihnen war es ein Prozess. Aber das ist nicht das Wichtigste, dass wir genau wissen, wann und wo und wie die Wiedergeburt bei uns zustande kam, wichtig ist, dass wir jetzt im Glauben leben und Gott Vater im Himmel lieben. Denn auch wenn du nicht wüsstest, wie genau deine Geburt war, vielleicht will deine Mutter nichts darüber erzählen, dann noch ist das Wichtigste, du lebst jetzt und du kennst deine Mutter und du liebt sie. Und wenn man das weiß, wenn man das weiß, dass man glaubt an Jesus, wenn man das aus Gnade tut, dann kann man mit Petrus freudig sagen, Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. uns kommt hier rüber, als ob es für Petrus eine Selbstverständlichkeit war, am Anfang dieses Briefes. In den jungen Gemeinden, an die er diesen Brief schrieb, gab es keine Menschen, die aus Gewohnheit in die Kirche gingen, glaube ich. Es waren alles Menschen, die eine große Veränderung erlebt hatten. Sie waren bewusst Christen geworden. Es war offensichtlich, dass sie wiedergeboren waren. In unserer Zeit ist es leider nicht mehr selbstverständlich, auch wenn es in unserer Gesellschaft nicht selbstverständlich ist, ein Christ zu sein. Trotzdem kann es immer noch sein, dass Menschen nicht, weil sie wiedergeboren sind, Mitglied einer Kirche sind, sondern aus Gewohnheit oder aus anderen Gründen oder aus irgendeiner festen Überzeugung von einer wahren Lehre, aber trotzdem nicht wiedergeboren sind. Und deshalb ist es schon gut, über diese Frage nachzudenken. Bist du wiedergeboren? Noch einmal, dafür musst du dann nicht in dir selbst herumwühlen, wie und wann, keine Nabelschau betreiben, sondern schau auf Jesus Christus, schau auf deinen Retter, der am Kreuz für dich gestorben ist. Denke an deinen Vater im Himmel. Was macht das mit dir? Wenn du denkst an Jesus, wenn du denkst an den liebenden Vater im Himmel, wenn du weißt, dass du an diesen Gott glaubst und ihn liebst, wenn du weißt und darauf vertraust, dass Jesus auch für deine Sünden am Kreuz gestorben ist und du Jesus nachfolgen wirst, dann bist du wiedergeboren. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus dafür. Aber wie ihr wisst, ist eine Geburt kein Ende, sondern ein Anfang. Ja, wenn man schwanger ist, dann denkt man, wenn ich erst die Geburt fertig gebracht habe, dann ist das das erste Ziel, aber danach geht es erst los mit den Kindern. Und das ist, was wir hier auch sehen, das wird in diesem Text klar. Nachdem von der Wiedergeburt die Rede ist, steht dreimal das Wort zu. Vers 3 schon zu einer lebendigen Hoffnung, Vers 4 zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwirklichen Erbe und Vers 5 zu dem Heil oder zu der Errettung, wie man auch übersetzen kann. Das ist, wozu die Wiedergeburt führt. Das Thema für die Predigt lautet, gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat. Und wir achten auf diese drei Dinge. Erstens zu einer lebendigen Hoffnung, zweitens zu einem bleibenden Erbe, drittens zur vollkommenen Errettung. Ja, liebe Geschwister, Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und das ist eine Hoffnung, in der man lebt und das ist eine Hoffnung, die lebendig ist. Wieder mal der Vergleich zu einer gewöhnlichen Geburt. Wenn es darum geht, könnte man sagen, man wird geboren, um in dieser Welt zu leben. Und das ist etwas, was Menschen ziemlich schwierig finden können. Und sie fragen, wie kann man in dieser Welt noch Kinder auf die Welt bringen? Es gibt so viel Elend, es gibt so viel Böses, es gibt so viel Krieg und Gewalt, es gibt so viel Ungerechtigkeit, wie kann man da Kinder groß ziehen? Und was hat die Welt unseren Kindern zu bieten? Sie werden im Elend leben. oder? Das ist eine pessimistische Sicht des Lebens. Vielleicht denkst du auch manchmal so. Und irgendwie ist es auch nicht verwunderlich, die Welt ist von der Sünde und vom Bösen verdorben und wenn du in diese Welt hineingeboren wirst, dann kommst du in ein Leben, das nichts anderes ist, als ein fortwährendes Sterben. Wenn du nicht an Jesus glaubst, ist das auch alles, dann hast du eigentlich kein Leben. Dann ist dieses Leben nichts anderes als ein fortwährendes Sterben. Vielleicht lebst du 80, 90 oder 100 Jahre und hast ein schönes Leben hier, aber die Aussicht, die du hast, ist der Tod. So ist das Leben ohne Gott. Aber wenn du wiedergeboren bist, dann fängst du an in Hoffnung zu leben. Diese Hoffnung hast du aufgrund von Jesus Christus. Er hat das Böse überwunden, er hat den Tod überwunden und dann weißt du, dass Sünde und Tod nicht das letzte Wort in dieser Welt haben. Wir leben in Hoffnung, weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Er ist der Lebendige, er ist der Auferstandene und deshalb kann man auch von einer lebendigen Hoffnung sprechen. Denn Jesus ist die Hoffnung für diese Welt und deshalb ist es eine lebendige Hoffnung. Er ist diese lebendige Hoffnung und er Jesus Christus ist auch eine sichere Hoffnung. Wir benutzen das Wort Hoffnung wenn etwas ungewiss ist. Ich hoffe dass wir diesen Urlaub noch schönes Wetter haben werden. Oder ich hoffe dass ich einen guten Job finden kann. Aber das ist dann ungewiss. Bei Jesus aber ist die Hoffnung niemals ungewiss. Sie ist sicher weil Jesus lebt. Und man sagt bekanntlich die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber diese Hoffnung stirbt nie weil Jesus lebt. Und wenn Jesus deine Hoffnung ist dann macht das Leben für dich auch Sinn. Weil Jesus lebt ist fort die Angst. Kennst du das auch? Und lebst du das auch? Viele Christen leben als ob es keine Hoffnung gibt. Ihr Leben wird von Angst geleitet. Nicht von der Hoffnung. aber weil Jesus lebt haben wir eine lebendige Hoffnung und wir müssen keine Angst haben. Es ist schon menschlich dass man Angst hat und auch Christen können damit ringen aber wir müssen es nicht mehr haben. Wer liebt wie er stillt meine Angst haben wir gesungen es ist Jesus vergiss das nicht setze deine Hoffnung auf Jesus Christus denn wenn er deine Hoffnung ist hast du das ewige Leben er ist der ewige Sohn Gottes der Mensch wurde und bei ihm gibt es Leben im Überfluss jetzt und für immer er ist unsere lebendige Hoffnung und dazu sind wir dann wieder geboren zweitens auch Vers 4 zu einem bleibenden Erbe es steht so in Vers 4 er hat uns wieder geboren zu einem unverkänglichen und unbefleckten und unverwirklichen Erbe das im Himmel aufbewahrt wird für uns wer jemand stirbt zu dem du eine Beziehung hattest besteht die Möglichkeit dass du einen Teil des Geldes und des Besitzes von jemandem bekommst das ist ein Erbe und vielleicht hoffst du sogar darauf leider ist ein Erbe auch oft eine Quelle von Unstimmigkeiten und Streitigkeiten und das kann es sogar zu jahrelangen Spautungen in der Familie führen manchmal hofft man auch auf ein großes Erbe aber man kann da sehr enttäuscht werden da habe ich mal erlebt dass eine alte Dame in einer Gemeinde über 90 Jahre sie war nie verheiratet hatte nur noch einen Neffen und der hat dann gedacht wenn meine Tante jetzt stirbt werde ich eine große Geld erben aber diese Tante hat bestimmt das alles Geld zur Kirche ging und da war dieser Neffe bitter enttäuscht ja manchmal kommt es anders als man hofft ein Erbe auf dieser Erde ist dann auch oft unsicher und dabei handelt es sich oft um verderbliche Dinge vielleicht ist das Erbe auch ein lieber Hund aber ein liebes Tier ja aber es hat kein ewiges Leben und wird eines Tages sterben aber es geht um befleckte Dinge Dinge mit denen etwas nicht stimmt vielleicht ist das Erbe ein Haus aber die Instandhaltung ist seit Jahren überfällig und das Holz im Dachstuhl verrottet man hat sicher dafür Arbeit auch davon oder es geht um Dinge die verwelken vielleicht ist es ein schönes Stück Land oder ein Baumkarten aber wenn damit nichts gemacht wird verwelkt es und ist es auf Dauer nichts mehr wert so kann ein Erbe auf Erden etwas Unsicheres sein in der Bibel ist aber auch vom Erbe aus dem verheißenen Land die Rede wir haben es in 205 gesungen Gott hat versprochen ich lasse euch erben Kanaan und das war ein wunderbares Geschenk für das Volk Israel sie bekamen das wunderbare fruchtbare Land in dem Milch und Honig flossen aber auch für sie war das dann vergänglich befleckt und verwirklich denn sie haben es wieder sie konnten es wieder verloren und sie mussten dann irgendwann auch das Land wieder aufkämen sie wurden wieder rausgeführt aber das Erbe von dem hier die Rede ist ist nicht all das es ist unvergänglich es wird niemals kaputt gehen es ist unbefleckt makerlos es hat nichts kaputtes sündiges schlechtes oder hässliches an sich es ist unverwirklich es ist ewig schön und beständig das hat alles mit Jesus Christus zu tun er ist die lebendige Hoffnung er mit ihm erben wir konkret bedeutet es dass du weißt dass es ein dauerhaftes ewiges Erbe für dich gibt ein neues und ewiges Leben im neuen Himmel und auf der neuen Erde und wenn man diesen Vers so liest könnte man denken es geht nur um den Himmel aber es heißt es wird dort aufbewahrt für uns aber es wird wir werden es in voller in Füller genießen können wenn Gott Erde und Himmel eins macht und vollständig erneuert und wir dann in seiner Gegenwart leben können auf der neuen Erde und neuen Himmel unvergänglich unbefleckt und unverwirklich und auch dazu sind wir wiedergeboren zu einem solchen bleibenden Erbe dafür muss man nichts verdienen man bekommt ein Erbe nicht aufgrund vom Verdienst sondern aufgrund einer Beziehung wenn du ein Kind Gottes geworden bist weil du wiedergeboren wurdest dann gehört dieses wunderbare Erbe definitiv auch dir es ist die ewige Freude über ein Leben in Gottes Gegenwart ein Leben in dem Gott selbst das schönste das höchste und das beste ist so wie wir im Psalm 16 gesungen haben es steht in der normalen Übersetzung so der Herr ist mein Erbteil und das Teil meines Bechers du sicherst mir mein Los die Messschnüre sind mir in einer lieblichen Gegend gefallen ja mir wurde ein schönes Erbe zuteil und dann zum Schluss drittens Gott gelobt sei der Gott und Vater der uns wiedergeboren hat zur vollkommenen Errettung so steht es in Vers 5 die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil das bereit ist geoffenbart zu werden in der letzten Zeit alles wozu wir wiedergeboren werden hängt zusammen so auch diese vollkommene Errettung es ist eigentlich eine Art Erklärung dieses Erbens und man kann ja auf verschiedene Weise über Errettung reden man kann in der Vergangenheitsform darüber reden du bist gerettet wenn du von der Sünde gerechtfertigt bist durch das Kreuz Jesu kannst du wissen dass du von der Strafe freigesprochen wurdest du bist von der Schuld der Sünde gerettet worden seit er in Herrlichkeit aufgestanden ist bin ich von Fluch und Schuld befreit das ist die Vergangenheit wir können auch in Präsenz darüber reden du wirst jetzt gerettet was ein Prozess ist indem du geheiligt wirst dein Leben verändert sich mehr und mehr du wächst aus ein wiedergeborener Mensch zuerst bist du ein Kind im Glauben aber du wirst mehr und mehr reif du bist gerettet weil du von der Macht der Sünde befreit bist auch wenn du die Macht der Sünde oft noch spürst aber du wirst mehr und mehr gerettet und dann kann man auch darüber reden zukünftigen Zeit Futur und du wirst gerettet sein wenn Jesus wieder kommt in der Verherrlichung dann wirst du völlig auch von der Gegenwart der Sünde befreit sein und dann wirst du erleben dass du frei bist vom Gericht Gottes und dieses Heil diese vollkommene Errettung wartet bereits auf dich und wird am Ende bei der Wiederkunft Jesu Christi offenbar werden das bereit ist offenbar zu werden in der letzten Zeit dann werden sich die Bücher öffnen und es wird deutlich werden dass du durch Jesus gerettet bist auch das ist nichts ungewisses du kannst es jetzt schon wissen dazu bist du wieder geboren das gibt eine Gewissheit im Leben werde ich eine Zuversicht die wir für die Zukunft haben können durch den Glauben durch Gnade gehört es alles dir aber manchmal kann man trotzdem zweifeln werde ich es schaffen weiter zu glauben ich bin so schwach werde ich durchhalten können wenn die Dinge schwieriger werden was ist wenn eine Krankheit in mein Leben tritt was ist wenn meine Ehe in die Brüche geht was ist wenn es in Österreich mehr Verfolgung geben wird wie kannst du da ausharren das wunderbare ist dass es hier in Vers 5 heißt dass wir in der Kraft Gottes bewahrt werden und die erste Bedeutung von dem griechischen Wort für bewahren ist bewachen bewachen so wie Soldaten ein Land bewachen beschützen könnte man auch sagen wie eine Stadt durch eine Mauer geschützt ist so beschützt Gott dein Leben und deinen Glauben wenn du wiedergeboren bist und deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten wenn Angst wenn Pein wenn Krieg oder Schmerz kommt der Herr wird wie eine Mauer um dein Leben sein und weil dieses Heil von Gott bewacht und geschützt und bewahrt wird ist es sicher du bist nicht wiedergeboren um weiterhin in Zweifel zu leben du bist wiedergeboren um sicher an deinem endgültigen Ziel anzukommen und Gott lässt nicht zu dass irgendeines seiner Kinder verloren geht er selbst gibt die Kraft dass du im Glauben ausharst mein Leben liegt in seiner Hand vom ersten Atemzug an und keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben der mich hält bis an das Ende dieser Zeit wenn er erscheint in Herrlichkeit auch das wird in den dort rechten Lehrregeln angesprochen in Kapitel 5 geht es da um die Beharrung der Heiligen wenn du noch mitlesen willst das ist Seite 55 da wird angesprochen dass wir noch mit Sünden zu kämpfen haben Artikel 3 Seite 55 wegen dieser Überbleibsel der innenwohnenden Sünde und der Versuchungen der Welt und der Satans könnten die Bekehrten nicht in dieser Gnade verbleiben wenn sie ihren eigenen Kräften überlassen blieben aber Gott ist treu der sie in der einmal erteilten Gnade barmherzig befestigt und in derselben bis zum Ende mächtig erhält und dann auch Artikel 8 Seite 57 so erlangen sie nicht durch ihr Verdienst oder ihre Kraft sondern aus der unverdienten Barmherzigkeit Gottes dass sie nicht völlig aus dem Glauben und der Gnade fallen und nicht endlichen Sünden bleiben und umkommen sofern es sie alleine betrifft so könnte dies nicht nur leicht geschehen sondern würde auch ohne Zweifel geschehen bei Gott aber kann es gar nicht geschehen da sein Ratsschluss nicht verändert wird seine Verheißung nicht ausbleibt die Berufung nach dem Vorsatz nicht widerrufen Christi Verdienst Vermittlung und Schutz nicht ungültig gemacht und die Besiegelung des Geistes nicht vereitelt oder vernichtet werden kann und dann zum Schluss Artikel 15 Seite 59 Artikel 15 diese Lehre von der Beharrlichkeit der wahrhaft Gläubigen und Heiligen und von ihrer Gewissheit welche Gott zum Ruhm seines Namens und zum Trost frommer Seelen in seinem Wort reichlich offenbart hat und dem Herzen der Gläubigen einprägt fasst das Fleisch zwar nicht hasst der Satan verlacht die Welt missbrauchen unerfahren und heuchler bekämpfend trug Geister aber die Braut Christi hat sie als einen Schatz von unermesslichem Wert immer zärtlich geliebt und fest verteidigt dass sie dies auch ferne tue dafür wird Gott sorgen gegen den kein Ratschlag etwas gilt und keine Kraft etwas vermag diesem alleinigen Gott dem Vater dem Sohn und dem Heiligen Geist sei Ehre und Preis in Ewigkeit Amen Gott sei gelobt der uns wieder geboren hat siehst du wie groß der Reichtum und wie viel Kraft und Sicherheit das in deinem Leben gibt nicht aus dir selbst sondern nur aus Gott durch Christus in mir zur Herrlichkeit Gottes und ich frage es noch einmal bist du wieder geboren vielleicht musst du sagen nein denn ich vertraue dem Herrn Jesus nicht und ich liebe Gott nicht ist es möglich und dann ist es ehrlich das zu sagen aber gleichzeitig ist es auch schrecklich wenn du das sagst wie viel muss man dann vermissen wie schrecklich ist es dass man die Ewigkeit in der Hölle verbringen muss weil man das Reich Gottes ja ohne Wiedergeburt nicht sehen kann aber das Schöne das Wunderbare ist es ist immer noch möglich jeden Tag lässt Gott immer noch Menschen auf der ganzen Welt wiedergeboren werden und das kann er auch tun hier bei uns in Graz Umgebung bekenne Gott deine Sünden bitte ihn um Vergebung aufgrund des Opfers Jesu gib dein Leben Jesus und öffne dein Herz für die Kraft des Geistes das kannst du nicht aus dir selbst aber die Kraft des Geistes und die Verkündigung des Wortes kann das in dir bewirken bist du wiedergeboren vielleicht sagst du ich zweifle so sehr daran wie kann ich mir da sicher sein noch einmal schaue nicht auf dich selbst wühle nicht weit in deinem eigenen Leben herum sondern schau auf Jesus Christus den Gekreuzigten er hat alles verbracht und er ist treu auch in deinem Leben er wird nicht loslassen was sein Hand angefangen hat auch wenn dein Glaube mal klein und schwach ist dein Retter ist groß und mächtig und treu schau auf ihn bist du wieder geboren darfst du dir aus Gnade sicher sein dass du neu geboren bist herzlichen Glückwunsch gelobt sei Gott der uns wieder geboren hat aber werde dann nicht hochmütig erwarte es weiterhin vom Herrn und sei dir bewusst was für ein reiches Leben das ist du hast eine lebendige Hoffnung du hast ein bleibendes Erbe und du wirst ganz gewiss die vollkommene Errettung erreichen Halleluja Amen lasst uns beten Herr wir danken dir für dein Wort und für diese wunderbaren Verheißungen und für diese herrliche Hoffnung Herr bewirke bewirke du das mit deinem Geist alles was wir gehört haben in dem Herzen jeder Einzelne jedes Einzelnen hier in den Kindern und in den Älteren wenn wir noch nicht gerettet sind Herr rette und wirke und wieder gebäre neue Gläubige durch deinen Heiligen Geist und wenn wir schon gerettet sind dann lass uns wachsen lass uns dich lieben lass uns uns auch dir dienen und deine Wahrheit bezeugen Herr wir danken dir dass du uns gerufen hast hier zu sein und hilf uns deine Herrlichkeit zu verkünden dass noch so viele mehr Menschen gerettet werden und dich kennenlernen und dich in Ewigkeit in Herrlichkeit sehen werden Herr wenn wir zweifeln wenn wir schwach sind hilf uns auf dich zu schauen öffne unsere Augen für deine Herrlichkeit öffne unsere Ohren für deine Wahrheit und lass so Christus größer in uns werden und lass uns selbst unser Fleisch immer mehr absterben er muss wachsen wir müssen abnehmen bewirke du es Herr durch deinen Geist zu deiner Ehre in Jesu Namen Amen